Man kann mit Cakewalk nach der Installation sofort loslegen, es mag aber auch gerne vorkonfiguriert werden und dankt es dir mit einem optimalen Workflow. Wenn du während der Wiedergabe Aussetzer oder Knackser hast, liegt es meistens an den falschen Einstellungen. Und deswegen machen wir heute eine solide Grundeinrichtung deiner DAW. Jetzt bei Mach's dir selbst! Hallo meine Lieben, der Andi von Thöricht hier. Und ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren mit Cakewalk und in all den Jahren habe ich auch die zickige Seite von Cakewalk kennenlernen dürfen. Und damit ihr das nicht alles durchleben müsst, helfe ich euch gerne dabei. Und wenn ihr mich dabei unterstützen möchtet, dann lasst mir doch gerne ein Like da oder ein Abo. Und wenn Abo, dann mit Glocke. Nicht wahr, Herr Bayer? Nachdem wir es also fertig installiert haben, gehen wir alle wichtigen Grundeinstellungen durch, denn nichts ist nerviger, als wenn man beim Kreativsein unter... Öffnen wir erstmal das passende Fenster unter Bearbeiten, Voreinstellungen. Zum einen habe ich hier Geräte. Hier werden mir alle Ein- und Ausgänge angezeigt, die in meinem System zur Verfügung stehen. Hier kann ich gleich mal entschlacken. Mein Audio Interface hat hier viele Ausgänge und Eingänge, die ich überhaupt nicht nutzen werde, also kann ich die auch gleich deaktivieren. Dann ist auch hier bei meiner Auswahlliste nicht mehr so viel... Auswahlsalat. Auch kann ich die alle umbinden. Auf 1 und 2 hängen zum Beispiel meine Kopfhörer, kann ich also auch gleich KH nennen. Sollte es hier überhaupt nichts drinstehen, also keine Einträge, dann prüfen wir folgendes. Ist dein Audio Interface korrekt installiert, beziehungsweise auch eingeschaltet? Hier ist ein Blick in den Gerätemanager oder ins Handbuch oder in die mitgelieferte Software sehr hilfreich. Dann solltest du prüfen unter Wiedergabe und Aufnahme, welchen Treiber du benutzt. Hier sollte auf jeden Fall, wenn möglich, ASIO ausgewählt sein. Diese ist nämlich extrem wichtig für eine gute Zusammenarbeit mit deiner DRW. Der ist sogar so extrem wichtig, dass ich hierzu ein eigenes Musikvideo gestellt habe. Kein Musikvideo, ein Infovideo. Wenn bei dir also ASIO ausgewählt ist, aber hier keine Ein- und Ausgänge da sind, dann check doch mal beim Hersteller deines Audio Interface, ob ASIO überhaupt unterstützt wird. Wenn nicht, dann könnte die kostenlose Software ASIO for all helfen. Oder in der Endcard habe ich dann noch ein Video für euch über ein günstiges und sehr 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 gutes Hardware Starter Set. Multiprocessing Engine verwenden. Hab ich einen Rechner mit mehreren Kernen, kann ich mit dieser Option meine Last auf mehrere Kerne verteilen. Könnt ihr aktivierter lassen, außer ihr habt ernsthaft noch so einen Ein-Kern-Prozessor. Hat ja mein Vorgänger-Handy schon acht Kerne gehabt. Lastenausgleich für Plugins. Verteilt die rechten Power, die Plugins benötigen, auf alle Prozessor-Kerne. Diese Option ist aber nicht unbedingt immer vorteilhaft. Am besten lässt du diese Option deaktiviert, solange dein Rechner keine Wiedergabe-Probleme bei der Verwendung von Plugins aufweist. Sollte zum Beispiel ein Kern im Performance-Fenster hier einen hohen Unterschied in der Belastung aufweisen und es gibt Probleme, dann versuch's mal mit diesem Lastenausgleich. Ansonsten never change a running system. Gib einem flüchtenden System nie Trinkgeld. MMCSS, Multimedia Class Scheduler Service. Damit wird Cakewalk von Windows als Programm mit erhöhter Priorität behandelt, sollte also immer aktiviert bleiben. Datei für Aufnahmereserve, besonders wenn du viele Spuren gleichzeitig aufnehmen willst und es zu Aussetzern kommt und nur dann, kann eine erhöhte Festplattenaktivität die Ursache sein. Also falls ihr keine SSD habt noch, sondern noch so diese Rödeldinger da mit 7200 Umdrehungen in einer Minute glaube ich. Wenn der Wert größer 0 ist, zum Beispiel 600, legt Cakewalk eine Datei an, die für die Aufnahmedauer von 600 Sekunden ausreichend ist. Wenn du also bei der Aufnahme vieler Spuren gleichzeitig die Aussetzer, Knackser etc. in der Aufnahme hast, versuch doch mal diese Option. Als Richtwert nimm dir eine Dauer, die für deinen Take locker ausreicht. Voreinstellungen für neue Projekte. Hier lege ich die Sample Rate für zukünftige Projekte fest. Umso höher diese ist, desto öfter wird das Signal pro Sekunde abgetastet. Ich arbeite vorzugsweise mit 48.000 Hertz, aber ihr könnt auch gerne noch höher gehen. Dann brauchen eure Projekte aber umso mehr Speicherplatz, umso höher diese Sample Rate ist. Ihr könnt aber auch mit nur 44.100 Hertz arbeiten, ist CD-Qualität und ist immer noch gute Qualität. Stresst euch also nicht, wenn euer Audio Interface nur 44.100 Hertz kann. Mischlatenz. Abhängig vom verwendeten Treiber Modell habe ich hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Im ASIO Modus könnt ihr hier die Puffergröße über das Audio Interface eigene ASIO Panel einstellen. Oder auch hier. Umso kleiner, desto weniger Latenz, also Zeit, die das Signal braucht, um die komplette Signalkette zu durchlaufen. Dafür aber umso anfälliger für Aussetzer, Knackser oder Dropouts. Also wo die Wiedergabe einfach stehen bleibt. Probiert einfach mal ein bisschen aus. Nehmt so einen Mittelwert, also den Regler so in die Mitte und startet die Wiedergabe eines Projekts. Gibt es keine Probleme. Dann geht mit den Samples nochmal einen Schritt weiter runter. Und das macht ihr so lange, bis ihr Aussetzer hört. Und dann geht ihr wieder um eins höher. Und dann soll es eigentlich passen. Ja, jetzt habt ihr euer Cakewalk fertig optimiert. Und falls ihr kein ASIO fähiges System habt, dann checkt doch mal dieses Video hier aus über eine solide Hardware Grundausstattung. Ja, und falls mal wieder zu viel war, dann habe ich darunter noch ein Video zum Chillen. Ja, und bis dahin, Bussi aufs Bauch i Bärli und Servus.